Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Wir vernetzen soziale Bewegungen, Wissenschaft und Praxis. Wir bringen Menschen und Initiativen zusammen, die eine sozial-ökologische Veränderung von Denkstrukturen, Lebensweisen und politischen Rahmenbedingungen voranbringen. Wir wollen gemeinsam Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit finden. Mit dem Projekt und der Konferenz Bildung macht Zukunft diskutieren wir Potenziale und Grenzen einer kritischen, transformativen Bildung mit Perspektiven aus der Bildungspraxis, der Wissenschaft und von sozialen Bewegungen. Hilfe uns weiterzumachen! Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke!